Die ersten sechs Acts haben wir jetzt schon gehört und da drüben sitzen die drei, die bisher die meisten Stimmen gesammelt haben. Ja, allerdings sind ihre Plätze nicht sicher, denn es kann natürlich noch sein, dass einmal komplett durchgemischt wird und im Finale drei komplett andere Menschen dastehen. Aber all das finden wir gleich heraus und freuen uns auf den nächsten Act. Jetzt kommen sie im Doppelpack. Hier sind Franzi und Daniel. Franzi und Daniel. Hi, ich bin Franzi, ich bin 22 Jahre alt. Ich wohne in Stuttgart und ich bin Studentin, studiere Jazz und Popgesang an der Musikhochschule in Stuttgart. Und ich bin der Daniel, ich bin 28 Jahre alt, komme aus Heidelberg und bin selbstständig Musiker und liebe meinen Job. Man wird sehr schnell herausfinden, ob das ein eingesungenes, gespieltes Duo ist. Ja, das hört man sehr schnell. Und man weiß ja auch gar nicht, vielleicht sind die ja auch zusammen. Wir kennen uns jetzt schon seit einem Jahr und seit einem Jahr machen wir jetzt eigentlich auch schon Musik zusammen. Also gemeinsam machen wir eigentlich immer so Balladen, Pop-Balladen. Wir sind einfach wir selbst und ich glaube, wir entwickeln uns mit der Musik auch zusammen weiter. Pärchen oder Geschwister? Pärchen. Pärchen? Ich glaube, die sind Pärchen, oder? Hm. Das ist die Frage, die sich jeder stellt. Wir sind ein Team. Ja, und wir verstehen uns sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Er sieht eher aus wie so ein Hip-Hop-Dude, ehrlich gesagt. Hip-Hop? Und ich könnte mir vorstellen, dass er ein bisschen was tanzt. Ah! Ne? Meine Erwartung von der Show All Together Now ist, im besten Falle alle 100 Musiker dazu zu bringen, mit uns zu tanzen und zu feiern, weil am Ende ist die Show, glaube ich, da, um einfach Spaß zu haben und die Musik zu genießen. Ganz ruhig, ruhig, Brauna, ganz, ganz ruhig, ruhig, ruhig. Sie ist hübsch. Ja, sie ist ganz hübsch. Tolle Ausstrahlung. Wirklich schönes Lächeln jetzt mal, ohne Ironie dahinter. Kopf aus, Herz an und wir versuchen jetzt einfach, den Moment, so gut es geht, zu genießen und aufzusaugen. Und das all together now. Badum. Das haben sie geübt vom Spiegel. Aber die sind auch Profis, finde ich. Ich glaube, man merkt das. Oh, yeah. Oh. Oh, 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 come on. Doch ein Partylied. Weißt du? Just shoot for the stars. Oh, was ist denn von? Feels right in him for my heart. If you feel like they say I'm a girl. My ego's bad. But I don't give a shit. Yeah. And it goes like this. Take me by the tongue and I know you. Kiss me till you're drunk and I saw you. Got the moves like Jack, got the moves like Jack, got the moves like Jack. Ich würde mir wünschen, dass es ein bisschen kräftiger ist. If you wanna know how to make me smile, take control for me just for the night. Oh, gut. Weißt du auch, sehr gut, aber es käscht mich nicht. Hey, 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 hey. So much to learn, and we'll show you twice. Head to toe up and you brought me right. And if I say my secret, you better have to keep it. Nobody else can see this. Hey, 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 yeah. And it goes like this. Take me by the tongue and I don't care. Take me by the tongue, no. Kiss me till you're drunk and I'm strong. You got the moves like Jack, got the moves like Jack. Got the moves like Jack, yeah. I don't even try to control you. Oh, no. Kiss me till you're drunk and I'm strong. You got the moves like Jack, I've got the moves like Jack. Got the moves like Jack, moves like Jack. Moves like Jack, yeah. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Franzi und Daniel. Ihr habt auf jeden Fall die Jagger Moves gehabt. Das war schon mal auf jeden Fall klar deutlich. Dankeschön. Unsere Wand ist manchmal ein bisschen streng. Ja, wir sehen es schon. Wir sehen es schon. Wir werden jetzt gleich mal gucken, wie viele für euch aufgestanden sind. 73 Punkte braucht ihr, um es auf einen der Top 3 Plätze zu schaffen. Wie viele es wirklich sind, seht ihr jetzt. 31 Musikprofis sind für euch aufgestanden. Sven ist zum Beispiel nicht aufgestanden. Du hast keine Jacker Moves gespürt gerade in diesem Fall. Es hat mir der Funke gefehlt so ein bisschen. Ich saß hier und war so anzündbereit und dann kam kein Funke rüber. Das tut mir total leid, weil ihr seid fantastisch, ihr zwei. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, bei all der Choreo war kein Platz mehr für so richtig den Gesang. Ihr seid super. Es tut mir leid. Nächstes Mal stehe ich auf. Dankeschön. Für Sven müssen wir einfach nächstes Mal ein Feuerzeug mitnehmen. Ja, danke. Deine Kerze brennt auch ohne Feuer. Ich brenne immer. Sven, der kennt das noch nicht so mit Feuer. Ja, ich finde es halt geil. Wir sind hier, um Party zu machen. Wir sind hier, um Spaß zu haben. Die zwei waren natürlich aufgeregt, aber die haben einfach jetzt einen Song gebracht, wo ich einfach nicht... Also, ich sag mal, mein Po hat gebrannt, deshalb muss ich aufstehen. Ich fand es geil. Moved. Moved auf jeden Fall. Andy. Ja, hi. Moved like Jagger ist eigentlich so deins. Also, deswegen verstehe ich nicht, warum du nicht abgejagert hast. Ja, Moved like Jagger, Moved like Trude Hair. Also, es ist einfach alles Moves. Ich halte das Original für einen der besten Popsongs der letzten zehn Jahre. Und ich war Drück, Tanz, Schrei, Gröhl, Ausziehbereit. Aber es fehlte ein bisschen was, aber nicht viel. Und das ist keine Kritik, nur irgendwie, vielleicht bin ich auch einfach nur zu alt, in der Zeit aufzustehen. Ich weiß es nicht. Ihr zwei, vielen, vielen Dank für euren Auftritt hier. Danke auch. 31 Stimmen haben leider nicht gereicht für einen der Top-3-Plätze, aber wir hatten sehr viel Spaß mit euch. Großen Applaus, bitte nochmal für Franzi und Daniel. Bis zum nächsten Mal.